Wellbert. Wellbert ist eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt rund 20 Kilometer nördöstlich der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf, 18 Kilometer südlich von Essen und 12 Kilometer nördwestlich von Wuppertal auf der linken Seite der Ruhr. Sie hat rund 82.000 Einwohner. Wellbert liegt auf den Höhen des Bergischen Landes und wird auch Herz des Niederbergischen Landes genannt. Es liegt ca. 248 Meter über dem Meer. Höchster Punkt ist 303 Meter. Niedrigster Punkt ist 70,6 Meter über Normalnull. Wellberts Nachbarstädte sind die kreisfreien Städte Essen und Wuppertal sowie Hattingen, Heiligenhaus und Wülfrath. Die Stadt Wellbert gliedert sich in die drei administrativen Stadtbezirke Wellbert-Mitte, Neviges und Langenberg. Die Stadt Wellbert-Mitte